Was muss ich machen, wenn es bei einer Pauschalreise Ärger gibt? Darum geht es in diesem Video. Ich bin Achim, ich bin Rechtsanwalt. Und in diesem Video geht es um drei Tipps, wie ich mich verhalten sollte, wenn es bei einer Pauschalreise Reisemängel gibt. Das kann zum Beispiel sein, dass ich ins andere Hotel gebracht werde als gebucht, dass das Hotelzimmer verdreckt ist oder dass es Baulärm gibt. Das erste Wichtige ist, dass ich die jeweiligen Beweise sichere, dass ich also den ganzen Mängel dokumentiere, dass ich Fotos mache zum Beispiel. Aber noch wichtiger, dass ich Zeugen sichere, dass ich also die Mitreisenden frage, ob sie das bezeugen können, dass da ein Reisemangel da ist. Und am besten sind es Zeugen, die aus Deutschland stammen. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendeinen Hotelangestellten aus Südafrika habe, weil denen wird sicherlich das Gericht nicht anfliegen lassen als Zeugen. Insbesondere, wenn es nur um kleine Streitweite geht. Also, ich brauche Zeugen, die aus Deutschland sind und die mir bezeugen können, dass irgendwas schief geht in dem Urlaub, dass zum Beispiel das Hotelzimmer verdreckt ist. Also, ich brauche Zeugen für den Reisemangel. Das zweite, ich muss diesen Reisemangel dem Reiseveranstalter unverzüglich anzeigen. Ich muss also eine Mängelanzeige machen. Und am besten ist, ich mache das gegenüber der Reiseleitung vor Ort. Und zwar so schnell wie möglich. Der Gesetzgeber fordert hier unverzüglich. Das bedeutet also ohne schuldhaftes Zögern. Und ich sollte mir da nicht mehr als 24 Stunden Zeit lassen. Weil ansonsten, wenn ich diese Mängelanzeige nicht unverzüglich mache, führt es dazu, dass ich unter Umständen gewisse Rechte verliere. Und das dritte ist, ich sollte, wenn ich wieder zu Hause bin, den Reisemangel so schnell wie möglich gegenüber dem Reiseveranstalter geltend machen. Ansonsten habe ich das Problem, dass ich in die Verjährung laufe. Früher im alten Reiserecht gab es noch eine Ausschlussfrist von einem Monat. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber trotzdem gibt es eine zweijährige Verjährungsfrist. Das bedeutet, ich brauche trotzdem so schnell wie möglich zum Beispiel einen Anwalt, der meinen Anspruch gegenüber dem Reiseveranstalter geltend macht. Weil viele Zeugen, die ich zum Beispiel gesichert habe, werden da nicht mehr dran denken, wie es war. Sie wissen es nicht mehr genau. Und deshalb sollte man nicht lange warten, nicht lange zögern, sondern so schnell wie möglich den Mangel geltend machen. Schreibt mir unten rein, welche Erfahrungen habt ihr mit Reisemängeln gemacht? Wo gab es Ärger? Wo hat sich ein Reiseveranstalter mal kolant gezeigt und schnell gezahlt? Schreibt es mir rein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Anregungen und Hinweise. Ich bin gespannt auf eure Kommentare, Anregungen und Hinweise.